Mein Name ist Oliver Seder, ich bin seit zehn Jahren bei SPAR und jeder Tag bereitet mir Freude. Wenn ich in der Früh in die Arbeit komme, dann freue ich mich auf einen garantiert weiteren spannenden Tag, den ich gemeinsam mit meinen Kollegen verbringen kann. Persönlich schätze ich bei SPAR als Arbeitgeber vor allem die Menschen in der Zusammenarbeit. Es ist ein zutiefst menschliches Unternehmen. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, zu 100 Prozent in österreichischer Hand. Unsere Vorstände sind hier täglich präsent und haben das Ohr am Mitarbeiter und damit an unserem wichtigsten Gut, das im Mittelpunkt steht. Das sind die Mitarbeiterinnen und das macht das Lebenswerte an dem Unternehmen aus, dass es zutiefst menschlich ist. Bei SPAR können Sie sich bewerben vom klassischen Einzelhandelskaufmann bis hin zum IT-Spezialisten. Die Bandbreite von Jobs, die wir in diesem Unternehmen anbieten, ist sicher nicht mit vielen Unternehmen vergleichbar. Wir haben vom echten IT-Spezialisten, Programmierer bis hin zum echten Künstler in unseren Bauabteilungen beschäftigen. Wir sind Architekten, die wunderbare Einkaufszentren schaffen. SPAR bietet für seine Mitarbeiterinnen neben den mittlerweile ganz üblichen Arbeitszeitmodellen, Telearbeitsplatz, die verschiedensten Teilzeitmodelle, vor allem eins, nämlich unglaubliche Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich glaube, es gibt ganz wenige Unternehmen, die es möglich machen, dass man vom Lehrling zum Leiter der Logistik eines mitteleuropäischen Großkonzerns wird. Dieses Karrierebeispiel gibt es bei uns bei SPAR und das ist nur eines von sehr vielen. SPAR erwartet von seinen Mitarbeiterinnen neben einer ausgezeichneten Ausbildung vor allem Motivation und Begeisterungsfähigkeit. Und natürlich ist es in der Welt der wunderbaren Lebensmitteln, die wir versuchen, den Kunden näher zu bringen, unerlässlich, dass man eine Begeisterung für das Produkt mitbringt, also eine Lebensmittelaffinität hat. Eines kann ich allen Mitarbeiterinnen bei SPAR und allen zukünftigen versprechen, langweilig wird es bei uns garantiert nie.